Musik Mein Name ist Dieter Blahack vom DRAM Center in Köln, dem ältesten Schlagzeugladen von Deutschland. Musik Mein Laden ist in Deutschland und auch international bekannt für gute Becken. Musik Es ist halt heute so, dass die Becken ein sehr wichtiger Soundfaktor geworden sind. Der Schlagzeuger kann sich mit seinem Becken einen sehr individuellen Sound schaffen. Dafür muss natürlich auch Auswahl zur Verfügung stehen. Musik Musik Ich finde hier im großen Beckenlager von Meinl die besten Voraussetzungen für die Auswahl sowohl von Bouten als auch speziellen Becken. Die aus B20 Bronze handgemachten Becken der Byzanz-Serie bieten ein extrem breites Soundspektrum. Deshalb suche ich Becken aus dieser Serie aus. Musik In der langjährigen Zusammenarbeit mit der Firma Meinl war ich schon öfter hier im Lager, um Becken auszusuchen. Musik 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 Von Meindl kam die Idee, die von mir ausgesuchten Becken zu kennzeichnen. Sie erhalten unterhalb der Kuppe eine Lasersignatur und eine Seriennummer. Für jedes von mir selektierte Byzanzbecken wird von uns ein Video erstellt. Auf diesem Video ist die Seriennummer des jeweiligen Beckens zu sehen. Auf diese Weise kann der Spieler genau dieses Becken kaufen.